Willkommen zurück zu, ne nicht willkommen zurück, willkommen zu Let's Play Together Titanfall Mit dem Fabian und jedem Jan Hallo Und wir zocken im Privatspiel Modus wie auch immer Beta ist noch, also von dem privaten Spiel, privaten Lobby, da ist ein privater drin Und wir haben gedacht, testen wir die mal Wie geil die ist Hey Fabian Also wir spielen halt nur Fabian und ich gegenüber, ne? Fabian, bist du überhaupt noch da? Jaa Ich sag's dir überhaupt nix, ich sag Ich sag's dir gar nicht, weil mein Licht aus ist Okay, bereit machen wir Titanfall Nee, kannst knicken Leu, warum ist dein Titan denn schon einsatzbereit? Ja, weil ich genug gekillt hab Ja, weil ich genug gekillt hab Kann man jetzt auch nicht irgendwie wieder in jeden Tag zocken, aber es bockt halt immer noch. Boah, da ist gerade ein ganz kleiner Heck. Ja, wo ist er denn? Da ist der Fabian in der Flasche. Sano, ein Zeichpilot alertiert sie. Fuck is it. Na, komm her. Wow. Ihr Schadenssystem ist bei der Flasche. Nein, da muss ich nachladen. Ich raste auf. Ich hätte es einfach so bleiben lassen. Bis jetzt war das Gefängnis ausgeglichen und die Mission ist noch nicht vorbei. Regen wir uns dann zu. Zeigen wir es der IMC. Oh, ich glaube die war ein bisschen weiß. Oh, hab ich dich getroffen? Du wirfst hier mit Granat. Du weißt, weißt auch von wo? Äh, passiert auch nicht. Hä? Hier wird hier einfach nichts angezeigt gerade. Ihr Schadenssystem ist bereit. WTF? Boah, warte, ich muss kurz Zeit nicht anmachen. Ich sehe das gar nicht auf meiner Nettastatur. Alter, wo ist das Schadensystem? Hat sich sogar gewarnt. Zeit nicht an? Ich glaube den Preis aber auch nicht an zu warten. Nein, ich werde nicht fahren. Ich werde nicht anregen. Es ist nicht anregen. Beste und Verstärkung. Okay, fahre wir. Oh, ernsthaft. Du hast jetzt einfach den Titan geholfen lassen, während ich hier rauskomme. Oh mein Gott! Boah, das war echt knapp! Na komm, wo bist du, du Angsthase? Wow, Alter, wie knapp das so mal ist! Jetzt geht er ab! Das war jetzt auch dein Titan geholfen? Ja, normal! Der Mann ist aber schon halb im Arsch! Oh, scheiße! Die Leute! Was denn? Was denn? Was denn hier, der ist so schlimm. Das ist so schlimm! Und da, der ist so schlimm! Das ist jetzt so schlimm! Einfach überall, alles rüber rennt! Ein Reichtpilot attackiert sich. Ihr Schadenssystem ist bereit. Nein, ich muss wieder nachladen. Nach oben. Ich mach's aus. Immer muss ich nachladen, ey. Läu. Loll! Dann hab ich echt nicht gerechnet! Ich nö! Oh mein Gott, ey, zweimal musste ich nachladen, während ich hätte kämen können mit meinem zweiten. Ich raste aus. Ich raste aus. Bravo 3, da ist feindlich, wir sind nahe. Höchstabend, Bravo 3! Bravo, wir sind abboot! Oh, wo bist du? Ach so! Oh! Boah, Alter, ich dachte schon, Alter. Guck, die Dürer sind so richtig da rein. Aber jetzt bist du fast tot? Noch nicht ganz, ne. Alter, wie wenig, wie schlecht ist die Waffe? Verstört. Alter! Du bist du jetzt wieder! Du bist du jetzt wieder! Ich bin da, aber ein Zeitspilot attackiert sie. Die Träger sind zu drehen. Kein Ruf von nein. Loll! Ich bin da rein! Ihr Schadenssystem ist da rein. Aufsteigen! Der Treibende ist zwei Minuten fertig. Zack! Es ist vorbei, Jungs! Ja, Panik! Wie? Ich hab verloren! Ich hab verloren! Stimmt! Die Fahrt ist nicht so weg. Oh mein Gott, wie kommst du da hoch? Ohohoho! Ohohoho! Ah, wir haben eingestellt, zehn Minuten geht eine Runde, damit ihr hier mal ein bisschen mehr seht. Was? Abflug? Scheiße, ich habe keinen Flugverfahren. Ich hatte so eine verstärkte Waffe drin, weißt du? Hä, was für ein Pilotenkill? Ich habe dich doch auch einmal gekillt. Klar, ich habe dich doch exekutiert. Stimmt. Achso, okay. Achso. Ich glaube, wir müssen die Runde auf 15 Minuten stellen. Was ein Scheiß. Ich nehme mal den Nächsten. Ich nehme mal den Nächsten. Ich mache mal den. Ich möchte meine neue Map, ne? Einfach mal nach Sufi. Wir spielen natürlich ohne Smart Pistole, das nehmen wir die nicht. Geht los? Ja, kann doch losgehen. Sonst ist das so bobby für uns. Wir wollen richtig geballern und nicht einfach nur anvisieren. Wobei die Smart Pistole ja auch irgendwie cool ist, ne? Ja, aber das Problem ist... Die ist zu cheating irgendwie auch. Nein, das nicht, aber dann ist irgendwie die ganze Spannung weg. Ja, das ist geiler, wenn du so anvisieren musst. Bäm, bäm, bäm. Und dann musst du nachladen und dann verlierst du. Und statt du anvisierst, kurz nachlädst, nochmal anvisierst, wartest, 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 wartest. Dann kannst du den Köln drückst und dann ist er weg. Ja. Ja. Deswegen ist das geiler mit... ...Self... ...Self-Aim. So ungefähr. Hier mal hier. Hier mal... Hier mal... ...den hier. Ach so! Warte denn? Haben wir die Zeit nicht umgestellt? Egal, was soll's. Zwei, eins. Zwei, eins. Wenigstens Miliz. Ah ne! Ist halt die böse Seite. Verdammt. Wir gehen auf Pilotenjagd. Schaltefeinde aus, um zufrieden. Aber hast du gesehen? Hast du trotzdem gewonnen. Obwohl ich von dir ein paar gekillt hatte. Ja. Hä? What the fuck, ey? Na? Irgendwo war grad feindlicher Pilot. Wo? Nicht weglaufen! Nicht weglaufen! Hey, what the fuck? Verloren! Ziel verloren! Mein Altner ist der 60. Kurs bereit. Wo ist er denn jetzt wieder? Feindlicher Pilotgesächtnis! Verstand! Feindlicher Pilotgesächtnis! Ja! Wo bist du? Hm. Na, ich muss nachladen! Alter, ich muss nicht... ... auf der Rufthus springen! Alter, ich muss nicht... ... auf der Rufthus springen! Der muss doch langsam mal sterben, Alter! Jawoll! Haha! Ach, zu geil! Na, geh doch da rein! Pilotensteuerung aktiviert! Uh, schnell weg hier! Oh, du shook doch nicht. Wer wird hier? Eine Deckung finden! Halt nicht! Ah, ich hab's nur gefangen. Ich weiß nicht Und wie down bist du schon? Ich hab schon mehr als jälfte alter Ich bin echt fast down Ja okay Boah das war ein wunderschönes Kill Okay ich hab auch sozusagen Cheater Dings drin Was sind jetzt wieder drin? Ich hab ne Burn Card drin Die man so eigentlich gar nicht so schnell Äh gleich kriegt Ist doch egal ich mach auch mit Burn Cards Ja ja aber ich hab ne Ich hab mir ne Burn Card geholt Das ist so gut Der Schnüffler Nicht weglaufen Und scheiß auf die Entfernung ne Mit ner Shotgun Mit dein Maul Ja ist auf jeden Fall nicht so geil Aber ich hab ja wenn überhaupt noch ne Einhandwaffe Auf Entfernung Ich wollt mal ne Runde auf Entfernung Ich meinst nicht auf Entfernung LOL Wie geil alter Wie geil alter Mega Premium Boah Jawohl Aber ich hab jain ich steh'n geblieben ich bleib' stehen, du Sack! Oh mein Gott, da bleib' ich dahin! Na, der schieh' sich voll vor den Stein Natürlich muss ich noch mal Ich hab' irgendjemanden überlaufen Boah, ich seh' nichts in der Sonne So, ich hab' nichts gesehen in der Sonne Aber... Loif! Ha, desuzei Hi, deus! Der Schoßtat war der eine, den ich getroffen hab' Das hat wahrscheinlich auch ganz schön weh, oder? Joah, ich hab' auf jeden Fall schon so... ein Drittel Loil, die Waffe ist übergut als Zeitenwaffe Ich weiß gar nicht wie die heißt, wenn ich dir nicht bin Da bist du immer noch in der Zeit drin Das kleine Ding haben wir auf den Sack gehen, ne? Robin, wo bist du? Verrämt! Oh, die fliegt dauernd ne Drohne rum, Alter! Wo bist du? Das ist zu gerne, ne? Da müssen wir noch in deinem scheiß Titan Oh, Fabian, ey! Ja, ich hab dich gefragt! Ich hab dich gefragt, weißt du? Ich hab dich gefragt, was du? Das wird ein enges Ding! Sorgen wir dafür, dass wir gewinnen! Du Sack! Deine Waffe treffe ich dich doch niemals! Papa! Lol... Der ist mal Eiskalt vor mir! Tschö ich muss nachladen! Wo bist du? Ich bist nachladen! Mich auch. Nein, dann kehrt er mich auch noch. Ich glaube, das gewinnst du diesmal, glaube ich. Mein Titan ist fertig. Sagt Bescheid. Okay, wir haben erreicht, was wir wollen. Großartige Leistung. Mission erfüllt. Erkenne IMC-Bergenschiffe im Anflug. Schaltet die IMC-Soldaten aus, bevor sie entkommen. Ja, verdammt, du darfst sagen. Die IMC ist unterwegs zum Evakuierungspunkt. Sie dürfen nicht entkommen. Alles klar, wo bist du denn? Die Kaststärkungsstücke ist da. Zerstör uns, bevor sie entkommen. Ja, da kann ich nicht mit einem Teil zerstören. Aber ich habe es geschafft, immerhin da reinzukommen. Ja, das stimmt. Schöne Runde, schöne Runde. Find ich auch so. Ja, so schnell. Ich dachte sogar, dass du da drauf hereinfällst, dass du erst in meinem Titan rennst. Hast du noch einen Titan geholt? Mhm. Ne, den habe ich nicht mal auf der Karte gesehen dann. Weil alle schon hier vorne standen und dann... Naja. Guck mal, den können wir jetzt auch ganz gut als Paddle benutzen. Ne, hör mal. Na, du hast ja mal eine Challenge machen. Können wir auch machen. Zum Beispiel nur snipen und dann nur Skipscoop mal so kurz versieren und schießen. Sollen wir nächste Runde mal machen? Das wäre voll fett irgendwie. Voll lustig bestimmt. Können wir von mir aus machen, ja. Erstmal machen. Okay, dann würde ich sagen, danke schön fürs Zuschauen. Jo. Dann machen wir mit Pistols, oder? Nein, mit Sniper und dann immer kurz. Also man darf wirklich nur das hier doch mal reingucken, schießen und dann direkt wieder weg. Weißt, was ich meine? Oder gar nicht. Gar nicht. Doch mit kurz ist das viel lustiger. Ich weiß ganz gut, ob die noch ganz schnell sind. Ich auch nicht. Komm, mach einfach beendet. Wir machen nächste Folge. Oder rein. firmly sant. Menschen. ось. zet. Alles. reduceaime. Dez. vote.